Guter Tag und willkommen zurück. Wir fahren weiter fort im Land der Giganten mit Leviathan-Lakitos Level 4 von Welt 4. Und ich bin wieder Luigi und hab meinen wohlverdienten roten Yoshi wieder dabei. Und mit diesem roten Yoshi werden wir doch jede Gefahr irgendwie bezwingen können. Und da ist einer dieser komischen Leviathan-Lakitos. Und jetzt ist er tot. Okay, das ist jetzt nicht so wild. Also der hat sich auf jeden Fall nicht bewegt groß. Also außer hoch und runter. Ach, sehr schön. Der ist auch gleich ein Pilz. Ich will meinen roten Yoshi nicht verlieren. Der ist wertvoll. Er bedeutet mir sehr viel. War auch eine Qual, den zu besorgen. Okay, so schlimm war es auch wieder nicht. Okay, und die Lakitos werden auch diese Riesendinger schmeißen. Ach, ein Sumo-Brother. Hm, der ist ein bisschen kacke jetzt gerade. Aber ich kann ihn bezwingen, indem ich ihn Feuer unter den Arsch mache. Ja, der wurde es warm am Hintern. Hm, den kriege ich so nicht platt. What? Was? Was warst du denn gerade? Ach, ich konnte ihn nicht essen, aber... Den konnte ich essen. Kann ich die essen oder nicht? Ja, ich kann die essen. Ich habe Angst vor dem Banzai-Bill. Okay. Ach, da ist eine Plattform auf ihn drauf. Musste auch erstmal wissen. Nö. Ich dachte jetzt, ich werde an der Wand zerquetscht. Kann ich den... Nö. Nö. Kann ich gar nichts gegen machen. Vielleicht mit einem gelben Panzer. Vielleicht den zerstampfen. Ja, solange die nicht irgendwie hin und her fliegen, sind die eigentlich nicht das Problem. Ich habe jetzt eigentlich mehr erhofft. Nicht erhofft, sondern... Schlimmeres erwartet. Was? Ja, halb so wild. Ja. Solange sie mich nicht verfolgen hier, ist alles... Ist alles tuti. Weg da. Tschüss. Bap. Sehr schön. Noch eine Feuerblume. Basch, basch, basch. Man ist halt so und dann kriegt er hier wieder einen neuen Panzer zum Flambieren der Gegner. Hm. Irgendwie hier der Block unter mir, der sieht irgendwie verdächtig aus. Aber der ist einfach nur Deko. Oder vielleicht ist er doch verdächtig. Ich weiß es nicht. Ach, geh mal weg da. Hm. Wie komme ich denn da ran? Oh, ich hätte fast... Ich hätte fast den gekillt. Ich brauche die, um da rüber zu kommen. Und ich kann auf die rauf und dann kann ich so machen und so und... ein Detonator, ein Detonator, ein Detonator, ein Detonator. Was macht der jetzt? Achso, das ist ein Knopf. Einfach. Okay. Okay. Damit kann ich jetzt mir die Eisblume holen und nicht runterfallen. Bitte. Jo, wieder zurück. Du kickst mich nicht. Du wirst mich da geblockt. Von den Donuts. Ja, und ich habe wieder eine Eisblume. Das finde ich schön. Du störst. Ihr alle stört. Ist ja auch eure Aufgabe. Zu stören. Stören, Friede. Und dich nehme ich mit. Ach, ist Ende hier. Ende der ersten Hälfte. Okay, da ging es rein. Nee, das ist schon das Ende komplett. Was ist jetzt links? Der sieht schon seltsam aus, der Lakito. So was haben wir hier links. Nichts. Ach doch. Moment, geht es hier nach oben? Ja, ist... Mäh. Kann ich... Ich kann aber den Lakito killen. Bup. Dich esse ich. Nicht in die Lücke fallen. Ach, ein Leben. Sehr schön. Moshroom House. Moshroom House. Der ist aber groß. We grow him big around here. Ja, das tut ihr. Ah, okay. Gip her. Da war er hier. Ja, der Schuh ist auf jeden Fall interessant. Ansonsten, ja. Ich hab einen Yoshi. Brauch nichts anderes. Peterbrush. Klingt nach einem Sidescroller. Ja. Autoscrolling. Ach. Oh, das ist aber schön. Du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du. Wo geht's unten lang? Bleh. Ah, das ist aber gefährlich hier. Geht weg. Ah, Mist. Ich weiß nicht, ob ich die killen sollte. Wir hatten ja grad die Situation, dass ich über die... äh, roten Koopas rüberspringen musste. Oh, fuck. Leben. Geh weg. Yeah, Riesen. Oh, bitte lass mich das schaffen. Nääää. Oh, oh. Fuck. Ich kann da nicht mal... Jetzt ist mein Yoshi wieder weg. Äh, ich geh ja hier gleich eh im Blatt. Also brauch ich jetzt hier nix benutzen. Wenigstens, das gibt's frei Haus. Okay. Äh. Ich bin ein bisschen wieder... Äh. Traurig. Dass mein Yoshi weg ist. Der hat mir so verdient gehabt. Der hat mir sehr viel bedeutet. Auf jeden Fall, äh, ein fieses Level soweit. Bäh. Hup. Ach, der stirbt davon. Oh gut. Na gut, dann stirbt er halt von. Schnell runter. Bäh. Ich hasse Ranken. Ich hasse sie. Bäh. Okay, da ist... Bäh. Über die Parashades rüber. Bäh. Was auch immer da drin war. Ah, okay. Ja, ist das... Ist das... Wie lang geht denn das hier? Wie lang geht das hier? Urrangene Plattformen. Oder flüssig Farben. Okay, unten geht's lang. Bäh. Äh. Ich hab das schon. Bäh. Oh, das ist auch knapp. Ach, unten geht's. Ho, ho. Ho, ho. Ho, ho. Ho, ho. Erste Hälfte fertig. Äh. Wo ist hier der Checkpoint? Ne, ist schon vorbei? Ist, 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 okay. Okay. Ich, ich sag nichts dagegen. Von mir aus gern. Und ein Leben. Ach. Aufregend. Hit-Up Rush. Fertig. Twomp Brothers Fortress. Wie, schon wieder ein Twomp? Wir hatten doch schon einen Riesen-Twomp. Gibt's die jetzt hier standardmäßig? Sind jetzt hier standardmäßig große Twomps? Geh du mal weg. Äh, ich hab doch. Ich hab ihn noch weggewedelt. Oh, hallo, Riesenturm. Ja. Ich kann Feuer einfrieren. Sollen wir mir hier jemand nachmachen? Erstmal wieder meine Eisblume in Sicherheit bringen. Ja, Riesen. Äh, ich... Solange ihr euch nicht hier wieder in den Boss da verhaltet, ist alles okay. Okay, jetzt geht einmal nach oben und dann geht's hier einmal lang. Geh mal weg. Äh. Moment. Hinweis. If you run into the Twomp Brothers, try to focus your attack on the red one. If you ascendantly kill the orange one, first the other one will become enraged and attack relentlessly. Was wäre mir jetzt damit zu sagen? Dass ich... ...gegen zwei... ...kämpfen muss? Äh, du schaffst es. Du schaffst es. Weh, ich hab jetzt zwei von diesen Riesen... ...Twomps. ...als... 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 ...als Boss. Das wäre ein bisschen... ...viel. Ja, fall doch einfach runter. Ich kann Dry Bones einfrieren, das fände ich gut. Okay, hier ist nix. Oh. Ah, Mist. Du mieseratte! Och, Menno. Aber das ist noch so ein Typ. Ah, sehr gut. Hier ist hier, äh, so... ...aufhebe-Dinger. Oh, das ist aber... ...ja, das ist ein Skillsprung. Und leider habe ich es verkackt. Und jetzt habe ich keine Eisblume mehr. Och, Menno. Drecksgeist. Immer das Gleiche mit denen. Och, das war so... ...angenehm grad. Mit der Eisblume. Aber was machst du? Machst du nix. Machst du nix. Äh. Ich kann mir aber zumindestens ne neue holen. Äh, naja, nicht ne Eisblume, sondern ne neue Blume. So, haben wir wegsdat schon mal. Kann ich da durch eigentlich? Und wenn ja, wohin führt es mich? Nirgends. Ach, der war gut. Das war ein perfekter Slide. So, äh, links hatten wir ja nix. Aber jetzt haben wir ja den Penner da einen Weg. Aber wir haben ja im Glück zwei von den Blöcken. Fuck. Okay, was haben wir denn hier? Ich lasse mal den Block. Vielleicht kommt hier noch ein Geist. Äh, hier ist gar nix. Von mir aus ist halt hier gar nix. Sei's drum. Will ich jetzt da... Ich will da hin eigentlich. Fuck, ich krieg's nicht hin, weil ich zu spät springe und dadurch nicht weit genug komme. Na gut, dann lasse ich's halt sein. Denn erfahren wir halt niemals, was da ist. Warum müssen die Großen so schnell sein? Stürb. Bleib stehen. Du verschwindest mal. Sehr gut. So, mein Freund. Komm her. Dann nehmen wir noch den anderen mit. Ansonsten war ja nix hier. Was ist jetzt hier? Nee, ppppp. Geh mal... Weg da. Ach. Ach, die... Diese Ranken sind scheiße. Ich wusste es, dass da was ist. Jetzt ist nur die Frage, lohnt sich das? Was ist denn das? Wie kommt man denn da hin? Ist das... ...ne Verarsche oder was soll das? Okay. Ich weiß nicht. Boah. Dieser Sprung. Ah, ich hasse Ranken. Geh weg da. Boah. Okay, das ist ein bisschen gefährlich hier. Ich spring zu weit nach oben. Mit Luigi. Stacheln über dem Kopf sind halt Kacke. Na gut. Ist jetzt die zweite Hälfte? Oh nein, das ist wieder so ein Kack-Buh. Komm mal her. So, jetzt interessiert es mich nämlich nicht mehr. Gott. Was... Was ist das denn hier? Ach, da oben... Wah. Da oben ist... Checkpoint. Checkpoint. Yeah, ich bin wieder groß. Okay. Hier bin ich sicher. Sehr gut. Sehr gut. Nach oben. Die nehmen wir mal mit. Oh, hallo. Da habe ich ihn gekillt. Den blöden Geist. Hoffentlich ist da nicht noch einer. Okay, da haben wir eine Blume. Die hole ich natürlich gleich. Meins. Okay, die Röhre sieht auch sehr interessant aus. Sehr gut. Ah, okay. Wir sind jetzt hier. Och, das ist aber... Das ist aber schön. Das ist aber schön. Ein Superleaf. Äh, eine Ranke. Oh, oh. Was ist das denn jetzt hier? Nochmal so ein Scheiß. Bleh. Oh, Gott. Oh, nein. Das ist ein... ...verkackter Buh. Schnell durch. Bevor... Okay. Warum war jetzt da... ...äh, äh, äh... ...detonierender Bob-Ompf? Oh, nein. Nicht schon wieder. Wow. Okay, da ist eine Feuerblume. Ach, rote Plattformen. Rote Plattformen sind kacke. Sehr gut. Da kann ich doch... Kann ich... Ist das jetzt gut so? Ist das klug so? Ja, ich hab einfach abgekürzt. Na gut. Oh, 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 oh. Nee. Die Blume darf ich jetzt eigentlich nicht einsammeln. Obwohl... Kommt jetzt der Boss? Wait. Oh, shit. Oh, shit. Oh, fuck. What have I done? Fuck. Nein. Oh, Gott. Oh, nein. Jetzt soll ich da nochmal durchschwimmen. Und ich darf nochmal mich um die Blumengeister kümmern. Okay. Also, zwei von denen sind schon hart. Aber wenn der dann noch da Bomben schmeißt... So, erstmal die Feuerblume. Die darf ich nicht verlieren, wenn ich jetzt durch die Röhre gehe. Ansonsten kriege ich meine... Äh, mein Superleaf nicht. Ansonsten würde ja hier nur ein Pilz rauskommen. Äh, und in den anderen Block war ja ein Leben drin. Also, verlieren wir auf jeden Fall keine Leben. So weit. Ist also ein Nullspiel. Dö, dö, dö. Dö, 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 dö. Fuck. Man. Okay. So wichtig war jetzt. Auch das Superleaf nicht. Ach, da ist wieder der blöde Buh. Wow. Ja. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Er ist aus dem Bild. Ist er weit genug aus dem Bild? Ich weiß es nicht. Ach ja, jetzt sind wir wieder hier. Geh mal weg. Ne. Lass mich mal an Lauf holen. Bapp. Diesmal hab ich die Feuerblumen geholt und... Aufgepasst. Der große Orangene hat keine Lust auf mich. Du hast mich verarscht, Junge. Fuck. Fuck. Das ist scheiße gemein. Ich hab grad überlegt, in das Mushroom-Haus zu gehen, aber das ist der Blödsinn. Da krieg ich hier nur einen blöden Schuh, den ich nicht brauche. Oh, scheiße. Jetzt hab ich natürlich den blöden Kackbuder am Arsch. Obwohl, nicht mehr lange. Weil ich geh durch die Röhre. Kann er mich mal im Arsch lecken. Gib mir meinen Superleaf. Und... Ohohoho. Mist. Mist, Mist, Mist. Mr. Kackbue. Nervt natürlich. Oh Gott. Du nervst. Du störst. Guck weg. Okay. Okay, okay. Wir schaffen das schon. Wedel. Einmal nach oberen, bitte. Okay, und nochmal. Fuck. Okay, jetzt ist er wieder sauer, weil ich seinen Bruder gekillt hab. Kann da mal wieder ein Block rauskommen? Doch, Meno. Der Block braucht zu lange. Ich muss mich vom Block fernhalten. Scheiße. Der ist auf jeden Fall mal schwerer als der andere Scheiß bisher. Sind wir den erstmal wieder los und wieder die Blume geholt? Kennt man ja mittlerweile. Oh, fuck. Okay, ich verliere ein Leben. Ist aber nicht so schlimm. Ist nicht so schlimm. Wir haben hier noch. Dieses Klettergeräusch auch immer. Komm, nach oben. Bup, bup. Soja nicht, Junge. Bleib mir vom Leib. Der stört wirklich. Der ist ätzend. Und nicht jetzt hier ruckeln. Unnötig. Bisschen Anlauf nehmen. Und wieder ein Versuch. Und wieder ein Versuch. Versuchen, den nicht zu erwischen, ist echt eine Aufgabe. Oh, da erwischt er mich genau. Aber ich hab ihn besiegt. Und ich hab das Ding eingesammelt. Da fliegt noch irgendwas rum. Da flog noch irgendein Schatten rum. Ich hol mir noch hier schnell Ersatzzeug. Ich hol mir noch hier schnell Ersatzzeug. Wir sehen jetzt bei Level 6 demnächst. Bei nächstem Mal. Weinklimp. Das dann halt bei nächstem Mal. Wir sehen uns. Glück auf. Euer Hite. Tschüss.